Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch eine Zeitreise durch das Internet machen. Dazu nutzen wir den Dienst www.archiv.org, der eine solche Zeitreise ermöglicht. Fangen wir direkt mal an mit Apple in seinen sehr frühen Jahren. Damals hatten die auf ihrer Homepage nur zwei billige iFrames mit ein bisschen Text. Gut, das konnte Apple nun wirklich nicht so lassen, deswegen haben sie dann relativ schnell ihr Layout in dieses Layout hier verändert, was dem heutigen Layout schon ziemlich nahe kommt. 2007 haben sie dieses Layout dann noch verfeinert und dieses Layout kommt dem heutigen Layout schon ziemlich nahe. Weiter geht's mit www.daserste.de. Die hatten 1997 schon eine erstaunlich professionelle Homepage für diese Zeit. Dieser Tendenz sind die auch weiter treu geblieben. 2005 sah die Seite bereits schon so aus und die heutige Seite ist dem auch relativ ähnlich. Nun machen wir weiter mit einer ziemlich alten Webseite www.google.com. 1998 wurde man mit diesem netten Hinweis begrüßt, dass Google noch entwickelt wird, aber es gibt schon einen Prototype. Der sah dann so aus. Damals hatte Google immerhin schon 25 Millionen Pages indexiert. Dann hat sich die Startseite im Laufe der Jahre kaum geändert. Gut, hier fehlt jetzt das Logo, aber in der Grundlinie ist Google sich auch hier treu geblieben. Nun machen wir weiter mit www.youtube.com. 2005 wurde der Dienst gegründet und damals sah die Seite in etwa so aus. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Fehler von Archive.org, dass es nicht ordentlich indexiert wurde, aber man bekommt schon mal einen Eindruck, wie das damals ausgesehen haben könnte. Das Layout haben die dann auch relativ schnell verändert. Und dieses Layout müssten vielleicht einige noch kennen. Hier sieht man bereits schon einige Serien, die es heute noch gibt, wie zum Beispiel Will it plant, das gibt es ja heute noch, oder verschiedene andere YouTuber haben zu der Zeit dann angefangen. Heute ist YouTuber am Besitz von Google und ziemlich nah mit Google verbunden und so sieht die Seite, wie ihr sie alle kennt, heute aus. Gut, das wäre es dann für heute. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.